Musik Hallo, mein Name ist Rita vom dakainshop.de aus Ottobrunn bei München und ich stelle euch heute den Dakaien Girls Mission Skate- und Snowboard-Rucksack vor. Bei unserem Girls Mission habt ihr an der Front die Möglichkeit, euer Skateboard oder euer Snowboard zu befestigen, mit diesen zwei Steckschnallen. Der Girls Mission hat zwei Hauptfächer. Im ersten Hauptfach befindet sich auch ein Organizerfach, wo ihr euer Zeitschriften oder euer Kleinzeug verstauen könnt. Des Weiteren ist im Organizerfach noch ein kleines Geheimfach für euer Geldbeutel, damit er nie verloren geht. Im zweiten Hauptfach habt ihr Platz für eure Sachen, für einen DIN A4 Ordner und auch für die gängigen 15 Zoll Laptops gibt es ein kleines fließgepolzeltes Laptopfach. An der Seite von dem Girls Mission befindet sich unten ein kleines Fach, zum Beispiel für eure Getränke und oben drüber gibt es ein weiteres, aber ein fließgepolzeltes Fach, zum Beispiel für eure Sonnenbrille. Auf der anderen Seite hat der Girls Mission ein zweites kleines fließgepolzeltes Fach für eure Kamera oder euren MP3-Player. An der Rückseite, im Nackenbereich, befindet sich noch ein kleines Geheimfach, das fließgepolzelt ist, für eure Snowboardbrille oder für eure Kamera. Der Hüftgurt hat ein Material aus Dry Mesh und ist sehr atmungsaktiv und ihr könnt ihn mit einer Steckschnalle befestigen. Der Mission hat auch einen Brustgurt, auch mit einer kleinen Steckschnalle, der höhenverstellbar ist. Ihr habt auf dem rechten Tragegurt, dann gesteckt ist da kein Logo, so wie auch an der Front. Und nun wünsche ich euch viel Spaß im Shop und schaut euch doch auch nochmal den Boys Mission an. Und dann wünsche ich euch viel Spaß beim nächsten Mal. Und dann wünsche ich euch viel Spaß beim nächsten Mal. Und dann wünsche ich euch viel Spaß beim nächsten Mal. Und dann wünsche ich euch viel Spaß beim nächsten Mal. Und dann wünsche ich euch viel Spaß beim nächsten Mal. Und dann wünsche ich euch viel Spaß beim nächsten Mal. Das war's.